Ihr Partner im Gebäudemanagement ist die Weselink GmbH. Als Dienstleister im Facility Management ermöglichen wir Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen. Mit einer Schreinerei, einer Schlosserei und einer Glaserei verfügen wir über umfangreiche Kapazitäten aus einer Hand. Für flexible und kundennahe Lösungen, die Ihre Anlagen sichern und die Betriebskosten senken. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern. Vielen Dank.